Eine sehr häufige Frage ist, wie schaut es mit der Haltbarkeit des Sci-Fly-Antriebs aus? Wir haben bei der Entwicklung vom Sci-Fly-Antrieb darauf geachtet, dass wir die Kräfte sehr gut abstützen können und haben das System auf 20.000 km Wartungsfreiheit ausgelegt. Das heißt also, der Sci-Fly-Antrieb ist trotz der Vielzahl an mechanischen Komponenten deutlich haltbarer als eine Tretkurbel mit normalem Innenlager. Das heißt also, ihr habt sehr, sehr lange viel Freude am Fahren mit Sci-Fly.